Hallo Leute, herzlich willkommen wieder zum düstesten Spiel der Welt mit Eichli! Da hinten ist was, hi! Was ist denn da hinten? Das ist der Rausweg! Eichli, hier! Aber da... Nein, nein! Aber da kamen wir... Hä? Nein, nein! Wir müssen da in das Level! Aber wir sind doch im Level! Sind wir im Level? Das ist doch unser Level! Aber wir sind doch im Level, oder? Ich weiß es nicht. Eichli! Hä? Ist das jetzt... Ist das das Master-Level? Ist das das letzte Level? Ich weiß es nicht! Das scheinst du... Das kann sein, damit wir das letzte Level erreicht haben... Warte, einer! Geh mal hoch! Geh mal hoch! Ja, ja! Wie denn? Ja, auf mich! Willst du mich grad fett nennen? Oh, schon wieder... Wie denn? Ich kannste gar nicht hoch! Okay, du bist fett! Oh, ist das weh! Oh, ich ne! Also... Sie hat mich fett genannt! Kommst du jetzt endlich! Ja, ja, kommst du jetzt... Ich bin so fett! Ich weiß sie! Da werden wir die Handpumpen! Wenn ich sage, ich bin fett, ist das was ganz anderes. Wenn du sagst, du bist grün, dann bist du es ja auch. Äh, okay... Zweifel nicht meine Logik an! Ich bin grün! Warte, Eisli! Warte! Aua! Eisli! Ich komm doch! Wie wär's, wenn wir da rüberspringen? Ich will doch da rüberspringen, aber du bist mir ständig im Weg! Ja, jetzt auf einmal bin ich dir ständig im Weg! Damals hast du mich doch geliebt! Damals hast du mich deine Müse genannt! Oh, oh! Die fliegen! Oh Gott! Und die fallen auch! Wo willst du denn hin? Ich bleib hier im Eck! Ich wohne hier jetzt! Ja, wie das denn? Oh! Nein, du dummes Ding! Geh jetzt! Komm auf mich drauf! Ja, ich werd's anlocken und du machst es kaputt! Dankeschön! Bitteschön! Guck mal! Kloppel, kloppel! Ja, 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 ja! Ich hab grad andere Probleme! Warum gehst du denn kaputt? Warum gehst du denn kaputt? Warum gehst du denn kaputt? Warum kommst du denn kaputt? Magda, geh da mal hoch! Da ist bestimmt was links! Geh da mal lang! Ja! Hab ich gemacht, ne? Danke, Eisli! Du kommst ja gar nicht hoch! Ich hab mich ja fett genannt! Warte, warte! Hoch! Du musst... Eisli! Jetzt kommt wieder ich! Du, Scheiße, komm her! Du musst hoch! Eisli, es kommt hier durch! Warum... Eisli! Warum hilfst du mich hier nicht hoch? Lauf mir doch hier hoch! Das ist so unnurz! Warum? Okay. Lock ihn an! Aber mach dich nicht kaputt! Irgendwie willst du jetzt da hochkommen, junge Dame! Ich brauch dich! Jeder braucht mich! Warte! Hilf mir! Oder ich helf dir! Oder was weiß ich! Ja, mir egal! Hauptsache... Ja, ist ja gut! Oh Gott! Oh, jo, 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 jo! Mach ihn put! Du musst ihn doch put machen! Okay, jetzt musst du noch raus! Warte, warte! Nicht bewegen! Nicht bewegen! Nicht bewegen! Nicht bewegen! Ich kann das! Ich kann das! Ich schwöre! So! Lock ihn an! Nochmal! Nochmal! Vielleicht beim Beiden gleichzeitig da sind! Moment! Oh mein Gott! Den ein? Weißt du, wie die zuschnappen? Das ist so irgendwie so... So, ähm... Lass mich mal da hoch! Nee, geht gar nicht! Brauchen wir nicht! Wir müssen da lang! Ja! Viel Spaß! Äh, ja. Hoi! Nein, du schaffst doch nicht über das große Fette. Doch! Ja. Ja. Hast du toll gemacht. Ich mein, komm, stell auf mich drauf, wenn er kommt, dann musst du drüber. Hilfe! Komm her! Oh. Ich glaub, wir müssen beide da runter spatzen. Ja, hab ich jetzt auch schon gemerkt, du bist so schlau. Hui! Ich muss doch auch springen! Ja, wie denn? Ja, wenn ich unter dir bin. Ich bin unter dir, springe, du springst und dann kommen wir auf das schwarze. Komm auf mich drauf. Du bewegst dich jetzt. Geht auf. Nicht bewegen. Ja! Okay, spring! Ich dachte, du zählst, du bist drei! Hm, ach so. Soll ich das auch noch tun? Ja! Okay, Moment. Vorsicht, das von oben! Ja, ja, und, ups, oder? Jetzt kommst du mal auf mich drauf. Okay. Ich glaub, wir müssen drei zählen. Eins, zwei, drei! Ja, hast du gut gemacht! Ich bin so stolz auf dich! Komm drauf! Schell, bitch hier! Sure! Achtung, das schwarze von oben! Ja! Eins! Eins, zwei, drei! Lass es mal! Lass es mal, lass es mal! Okay, ich kann das! Du hast nichts gemacht! Eins, drei! Ich kann das! Das war deine Schuld! Ich glaub, das war deine Schuld! Komm auf mich drauf! Meine! Okay, gut! Ich weiß ja nicht, wo das meine war! Eins, zwei, drei! Du sollst nicht reinspringen! Okay, noch mal! Ich hab's nicht, ich hab's nicht! Vertrau mir! Ich bin ein Profi! Vertrau mir! Ich bin glaub tot! Eins, zwei, drei! Töte das da unten! Wie? Achtung! Ich weiß es nicht! Ich muss da rein! Du bist Schande! Ich wusste nicht, wo ich langen musste! Okay, stillhalten! Ich halte still! Halte still! Halte still! Okay, gut! Oh! Ja! Mein Papa war zu dicht! Dann wär wieder beim Thema! Dani, du musst aufhören! Meine Backen tun weh! Ja, okay! Was machst du denn? Ich weiß es nicht! Warte! Ich bin voll konzentriert! Mhm, bitte! Okay! Eins, zwei, drei! Oh! Nicht sterben! Das ist ja gut! Das ist ja gut, Dani! Okay, noch mal! In deinem Spiel muss man versuchen, nicht zu sterben! Danke, Fräulein Eisdie! Mensch, warum sind Sie keine Lehrerin geworden? Wollten mich nicht! Eins! Zwei! Drei! Renn weg! Ja! Ich versuchte! Renn weg! Ich komme! Ich hab die alle umgebracht! Oh, ich liebe dich! Oh! Oh! Jetzt wird's romantisch! Warte, ich mach! Jetzt musst du den... Ich helf dir hoch! Mach ihn! Hué! Hué! Wir kommen gut voran! Das wundert mich! Ja, ja, ja! Äh, nein! Wir müssen da hoch! Einer muss da hoch! Ja, wie denn? Ich helf dir! Achso! Du hilfst mir! Hué! Mach die kaputt! Hué! Hué! Achso! Viege Viecher! Mach die kaputt! Hué! Jetzt komm ich nicht mehr weiter! Was? Wie soll ich jetzt weiter? Ich komm nicht mehr weiter und du bist gefangen! Okay! Wir müssen konzentriert denken! Hué! Hué! Also ich mach die... Hué! 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 Und komm dann zurück, okay? Okay! Pflegevieh! Okay, Moment! Ich komme jetzt wieder zu dir! Das war... Dumm! Glaube ich! Okay, ich helf dir hoch! Du hilfst mir... Komm her! Komm her! Auf mich drauf! Und lauf! Oh, das kommt ja immer näher! Ah! Ich hab... Nein, ich hab gedacht, das lässt uns so eine Lücke zum Überleben! Guck mal! Ich hatte jetzt ne Idee, aber du hörst mir jetzt seit drei Minuten nicht zu! Ach, ich muss dir auch noch zuhören! Voll das scheiß Spiel! Was? AISLE! 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 Fliegen ist weh! Oh! Oh... Hilf du mir mal hoch! Ich hab keine Lust mehr! Lalalalala... Lock du das fliegende Vieh! Gut. Jetzt zeige ich dir nämlich, wie er es ein Profi machen würde. Bleib da stehen! Ich will mal gucken, kannst du mir auf das blaue Teil da oben helfen? Nein. Oh. Eisli! 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 Viel Spaß. Du wirst gemein. Nein. Das ist der Grund, warum nicht keiner war. Was? Ich war keiner? Die lastern alle über dich. Oh nein. Eisli! 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 Du sollst doch nicht in gefährliche Gruben alleine springen. Eisli! Eisli! Das ist ein riesen Unterschied! Hei! Immer muss man auf dich aufpassen. Immer! Das steht in deiner Jobbeschreibung. Ok. Wie machen wir das jetzt? Geh auf mich drauf. Ja. Das fängt schon gut an. So wir warten. Ja, wir könnten auch jetzt drüber springen oder? Ja. Wenn das Ding da weg ist! Rein da! Raus da! Da rein! Los! Reiter, raus! Du musst das Ding anlocken! Ich will das Ding nicht anlocken! Dann muss ich das Ding anlocken! Nein, lass mich! Okay! Nein! Ich komme! Okay, ich lock's an! Gut! Muss einer da oben lang? Keine Ahnung. Ich kann da eh durch. Du kannst da nicht durch. Ich kann mal hier durch. Hi! Und hier? Oh, du musst auf das Weiße. Warte, du musst auf das Weiße. Ach, darauf wäre ich noch nie gekommen! Danke, liebste Eisel! Wie soll ich denen hochhelfen? Du mir hochhelfen. Ja, wie denn? So, jetzt kann ich dir auf das Weiße hochhelfen. Ah, das ist schlau. Und du nicht. Ich kann auf das Weiße gar nicht. Ich kann das auf Weiße. So, jetzt kannst du da durchspringen und kommst da oben wieder raus. Nein, kommst du nicht. Komm noch mal. Ich helf dir noch mal. Ich hab' ne Idee. Komm mit, Bitch. Komm, komm, Bitch. Komm hoch. Komm, Schlampe. Oh, du bist doch unnütz. Hoch mit dir. Ich hab's geschafft. Nein, lass mich. Danke schön. Lass mich! Aber warte, nein, warte, warte, warte. Lass mich. Ja, lass dich. Lass mich. Lass mich. Ja, lass dich. Oh, ich muss da hoch. Mach, Bitch. Ja, komm, mach schon. Ich war nicht so unnütz. So, jetzt komm du mal mit, Arne. Geht nicht. Du bist doch schlau. Ha. Und tschüssi. Ja, dann geh ich unten lang. Fick dich. Ich komm nicht weiter. Tschüssi. Tschüssi. Ey, lass mich zurück. Ja, ähm, hä? Aber ich weiß nicht, wie du da irgendwie... Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ja, mach mal. Hoi. Warte. Hoi. Es war an für sich eine gute Idee. Ja, ja. Die Idee war gut. Nein. Weiß ich nicht. Doch. Doch, doch. Ich nehm Schwung. Ich nehm Schwung. Ich nehm Schwung. Kann mich hören? Okay. Oh, die Mikrofon ist weggewutscht. Warte, mein Mikrofon... Oh. Das war schon jetzt gerade laut und unangenehm. Oh, schaut ja eh keiner an die Folgen. Es hat sich, es hat sich angehört wie ein lauter Furz. Schon eh keiner die Folgen. Seien wir doch mal ehrlich. Keiner mag Ibb und Ob. Ich mag Ibb und Ob. Ja, ich auch. Und ich hab vergessen mein Handy zu nuten. Juhu. War das ne Lachsack-App? Nein, das war mein Klingelton. Mein WhatsApp-Ton. Das ist, äh, Early. Äh, Spatzel? Nein. Wie, wie geht's denn hier jetzt weiter? Ich weiß es nicht, du kleine Vorlaute. Hm. Hoi. Du müsstest eigentlich auf das dann da reinspringen, wieder raus und hier hoch. Wie denn? Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Ich bin traurig. Ich hab gerade keine Idee, wie das funktionieren sollte. Ich kann dir da auch nicht hochhalten. Doch! Ja, aber dann kannst du mir nicht mal auf das Weiße helfen. Musst du umhärg auf das Weiße trauen? Oh doch, nee, komm mal, komm mal, hilf mir mal hoch. So. Jetzt komm mit. Ja. Ich helf dir hier hoch. Okay. So. Und jetzt... Verpiss dich. Tschüss. Oh nein. Das sieht das schon gruselig aus. Jetzt probieren wir das mal. Nein, mir reicht das schon nicht. Das reicht aber nicht. Warte, ich gucke mal, ob ich da hinten irgendwas lende. Da war ich doch schon. Ja, okay. Da ist nichts. Ja, was sollen wir denn machen? Wenn du von da oben da reinspringst und auf dem Weißen landest, bist du auf dem Weißen. Nein! Nur wie soll ich ohne dich auf das Weiße kommen? Du musst ja irgendwie auf das... Auf das... Musst du unten lang zum... Ich hab ne Idee! Ich hab ne Idee! Ich hab ne Idee! Okay. Hol mich hoch! Hol mich hoch! Äh... Geh durchs Grüne, genau. Geh durchs Grüne. Kannst du durchs Grüne selbst aufs Weiße springen? Geh auf mich drauf? Alleine nicht, nein. Was hast du auf geh auf mich drauf nicht verstanden? Okay, ich springe auf drei. Okay, ich kann hier springen. Eins, zwei, drei! Du musst auch springen. Dann gehst du... Kommst du so aufs Weiße? Meinst du, das geht? Ähm, warte mal. Ich glaub, der Schwung... Upsala, würde schon... Warte, mach nochmal. Okay, drei, zwei, eins, springen! Äh, nein, reicht nicht. Das war doch nicht gut nochmal. Das war nicht gut getimed. So, drei, zwei, eins, springen! Reicht der Schwung da hoch? Nein, reicht nicht. Nö. Der reicht auch nicht aufs Weiße. Ich hab Schwung. Für mich reicht das auch nicht. Das ist doof. Ich mein nie, wie das gehen soll. Ich auch nicht. Hm. Hey, du bist doof. Ähm, ja, ja, ähm, ja. 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 Wir wissen, wie wir dich hochbekommen, wie wir mich hochbekommen. Du müsstest eigentlich auf das... Komm mal, komm mal, komm mal hier hoch. Komm mal hier hoch. Warte. Wo hoch? Ähm, auf mich. Und da hoch. So, jetzt kann man auf mich. Wir springen, du springst in deinem Lillanes rein und du versuchst auf den vierecklichen Block zu springen. Okay. Eins, zwei, drei. Du sollst in das Loch hier rein. Es hat nicht geklappt. Mit dem Schwung. Okay. Hast du mich grad dumm genannt? Nein, Schwung. Nicht dumm. Schwung. Drei, zwei, eins, go. Ja, ich komm mal in Lillanblock mit dem Kopf. Oh, die Kursche mal weg. Und von hier aus? Drei. Alter. Alter. Drei, zwei, eins, spring. Du sollst doch gar nicht landen. Ah, drei, zwei, eins, spring. Nein, kommst du auch nicht. Kommst du rechts hoch? Auch nicht. Wo meinst du rechts? Rechts auf die Kante. Nö. Ich bin überfragt. Ich auch. Ich würde sagen, The Final Countdown wird die nächste Folge, oder? It's the Final Countdown. Weil dann haben wir das Spiel eigentlich durch. Du heißt, oder? Bis zur nächsten Folge. Und wir werden immer siegen, denn wir sind... Eis, Klima und Tauni. Alter, bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss. 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 Tschüss.